Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu unserem Controller-Gewinnspiel, nein, Controller-Voting-Reveal und zu einem neuen Video zum neuesten Teil des Call of Duty Activision-Blogposts über Skill-Based Matchmaking. Aber bevor wir über Matchmaking sprechen, ich weiß, ihr wollt wissen, welcher Controller hat eigentlich gewonnen. Und damit ihr das nochmal in Erinnerung habt, welchen ihr ab sofort bei den Jungs von OMGN bestellen könnt, zeige ich euch nochmal die vier Kandidaten, die wir haben und dafür gehen wir eine Woche zurück, eine, zwei, eine, zu unserem letzten Video, wo wir es gezeigt haben. Ich habe euch die vier Controller gezeigt, die ihr als Community eingeschickt habt, die habt ihr selber gemacht, da habe ich nichts mit zu tun gehabt und ihr habt mich sehr gefreut, dass wir so viele Einsendungen bekommen haben. Und die besten vier haben wir vorab rausgesucht und haben euch entscheiden lassen, wer das Ganze gewinnen soll. Und das hier, meine Damen und Herren, ist Controller Nummer zwei gewesen und Controller Nummer zwei hat gewonnen. Der oder diejenige, ich kenne den Namen nicht, die bei OMGN diesen Entwurf eingeschickt haben, bekommt diesen Controller 100% gratis for free. Soweit ich das weiß, wirst du jetzt von Marcel und den Jungs angeschrieben, musst du nur deine Adresse angeben und dann kriegst du den nach Hause geschickt. Dieser Controller-Chat wird, ich vermute so in zwei Wochen, vielleicht in einer Woche, je nachdem wie schnell Marcel und die Jungs damit auf der Page sind, für alle verfügbar sein. Das heißt, wer den feiert, meinen Code eingeben, ihr kriegt ihn dann reduziert und wir machen einen Deal. Wer Interesse hat, sich den zu kaufen, schreibt mir einfach bei Insta, davon weiß Marcel von OMGN nichts. Und dann mache ich einen Sonderdeal, dass ihr mehr Rabatt bekommt, wenn ihr diesen Controller bestellen wollt, weil ihr alle aktiv dafür abgestimmt habt. Und Glückwunsch an den oder diejenige, die den eingeschickt hat. Es wird deiner ab sofort sein, vollkommen umsonst. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr damit mitgemacht habt. Und es werden mehr solcher Aktionen in diesem Jahr noch kommen, weil das eine Partnerschaft ist, wo ich persönlich ganz ehrlich sagen kann, ich bin mega glücklich damit. Ich habe einen tollen Partner an der Seite, der hebt sich ab von diesem Standard, SCUF Gaming, was weiß ich was. Mega cool. Wofür braucht man solche Controller eigentlich? Naja, für Call of Duty in der Regel. Allerdings ist es halt so, dass Call of Duty bei so vielen von uns mittlerweile gar nicht mehr so dieses Hauptinteresse hervorruft. Aus diversen Gründen. Und damit sich das ändert, hat Activision gesagt, wir machen einen Blogpost. Einen Blogpost, bei dem wir euch erklären, was Skill-based Matchmaking ist. Oder, wie man es jetzt nach dem nächsten Blogpost real sagen müsste, wir lügen einfach und erzählen irgendwas, auch wenn ihr alle wisst, dass es eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Und das, was diese Wichser von Activision da reingeschrieben haben, das zeige ich euch jetzt. Diesen Blogpost werde ich euch in der Videobeschreibung unten verlinken, so dass ihr die Chance habt, euch das in Ruhe auch da nochmal anzugucken, wenn das, was ich euch erzähle, zu schnell geht oder sonstiges. An der Stelle möchte ich euch sagen, es ist ja generell positiv anzumerken, dass ein Publisher wie Activision tatsächlich sagt, so etwas wie Skill-based Matchmaking, was, ich glaube, wenn ihr überlegt, welche beiden Themen die nervigsten sind, die wir in COD seit Jahren haben, ist es SBMM und Cheater. Ich glaube, da sind wir uns einig, das sind die Kernpunkte, die Leute von diesen Games mittlerweile wegtragen. Und sie haben diesen Blogpost jetzt erweitert. Es gab einen ersten, jetzt gab es einen zweiten. Und hier zeigen sie einem, wie Skill-based Matchmaking eigentlich aufgebaut ist. Connection, Time-to-Match, Skill-Performance, Plattform, Voice-Chat, Input-Device, letzte Maps und Modis, Playlist, Verbindung. Und das Ganze ergibt dann die Lobby. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was Voice-Chat damit zu tun hat, was Input-Device damit zu tun hat, ist für mich mehr oder weniger fraglich, weil es gibt kein Input-Device-Matchmaking in Call of Duty, was zum Beispiel X-Defined ja machen möchte, dass, wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt, werdet ihr, wenn ihr das wünscht, nur mit Maus- und Tastaturspielern verbunden. Dann können nämlich die ganzen Maus- und Tastaturspieler untereinander miteinander heulen und brauchen nicht mehr den Kontrollanspielern, die nun mal Aim-Assist haben, auf den Keks gehen. Dieses Thema ist so maximal nervig. Ich kann es langsam nicht mehr ertragen. Also, das ist laut Activision das, was zusammenkommt, damit diese Lobby entsteht. Und dann, und jetzt kommen wir zu einer der größten Lügen in der Geschichte von Call of Duty. Erster Punkt, Connection. So wie die Community es sagt, schreiben sie, Ping is King. Das Ping is King ist ein Auswurf von David Fondaher von vor vielen, vielen Jahren, der zu Blackout und Black Ops 4 gesagt hat, solange er verantwortlich bei Treyarch ist, wird Ping immer King sein. Also, die Nummer 1 Voraussetzung für eine Lobby ist seiner Meinung nach immer gewesen, der Ping muss für alle gut sein. Und wir wissen heutzutage, der Ping ist Dogshit, denn Skibets Matchmaking sucht auch weit entfernt Leute mit ähnlichen Punkten, Skillsets wie euch. Und selbst wenn die nicht im selben Land sind, werdet ihr auf einen Server gematcht. Was bedeutet, eure Connection kann auch mal 80 Millisekunden sein, weil ihr nach Timbuktu verleitet werdet oder sonst irgendwas. Dann hier Time to Match. Hier schreiben sie, das ist der zweitwichtigste Faktor. Wir alle wollen schnell in der Runde sein und nicht ewig auf Matches warten. Es gibt dazu so viele Videos. Wenn ihr mal überlegt, wie schnell ihr in einem Game wie Black Ops 3, was nur noch ein paar hundert Spieler hat, wenn ihr eine Lobby in TDM sucht, innerhalb von ein bis zwei Sekunden ein komplettes Match habt und bereit seid und dann vergleicht mit heutzutage, wo ihr minutenlang Lobbys sucht und dann ist dieses Lobby-Bug-Thema da und dann findet er keine Lobby und, und, und. Diese beiden Punkte, auch wenn Activision hier schreibt, dass das die wichtigsten für die sind, sind nichts anderes als eiskalt gelogen. Nichts anderes. Und dann reden sie noch von anderen Sachen und das Witzigste ist, Skill-Performance ist einer der letzten Punkte, den sie hier nennen. Und da sagen sie, jeder Spieler soll die Möglichkeit haben, in jedem Match einen Impact zu haben. Die Realität ist, Skill-Based Matchmaking ist nichts anderes als ein System, was automatisch anhand eines Algorithmus entscheidet, wie eure gesamte Playstation wird und aktiv entscheidet, wie viel Geld Activision mit euch und allen anderen verdient. Und das Geilste ist, sie schreiben dann, jedes Mal, wenn ein Spieler eine Lobby sucht, gehen all diese Faktoren in eine Berechnung um und die resultieren dann in einem Prozess, wo wir glauben als Activision, dass es die beste Spieler-Experience für alle ist und eine stärkere Community gründet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie recht. Es hat eine sehr starke Community gegründet. Eine Community, die keine Lust mehr auf das Game hat. Das muss man dann ehrlicherweise auch mal so lassen und sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Und dann reden sie hier von einem Delta-Ping. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Differenz zwischen der Connection, die ihr habt, zu dem Server, zu dem ihr connected werdet und zum besten verfügbaren Server. Unten schreiben sie dann, wir versuchen immer, euch auf den nächsten Server zu verbinden und Exclusive Ace und super viele Creator haben sich mal einen Duma-Router geholt und haben getestet, wohin sie verbunden werden. Alle diese Tests haben gezeigt, dass mit Skill-Based Matchmaking ihr so gut wie nie auf den nächstgelegenen Server verbunden werdet, sondern immer weiter weg. Wir in Deutschland werden meistens nach Frankreich und Holland verbunden, anstatt dass wir in Deutschland bleiben. Und das ist dann so zum Abschluss eigentlich eines der passendsten Sachen. Sie sagen, wenn die Lobbysuche irgendwie etwas länger dauert, gehen die Spieler aus der Lobby raus und suchen eine neue und dann sagen sie, das hilft aber nicht, das dauert dann nur noch länger für euch. Das ist Bullshit. Es gibt so viele Matchmaking-Bugs, wo man in der Lobby sitzt, minutenlang, und es passiert nichts. Und dann geht man raus, dann wartet man wieder 30 Sekunden und dann kann man endlich eine Lobby finden. Das heißt, sie schreiben eigentlich die ganze Zeit, dass sie ganz genau wissen, dass das alles abfuckt, aber trotzdem erklären sie, warum das für Activision Sinn macht. Leider ohne irgendwo auch nur ein einziges Mal zu erwähnen, dass es eine reine finanzielle Geldsache ist. Denn Leute, die schlechter sind in schlechteren Lobbys, haben mehr Interesse länger zu spielen, weil sie dort besser performen können und geben dadurch mehr Geld aus. Und mittlerweile Call of Duty ist ja nichts anderes mehr als ein Skin-Generator. Jeden Tag gibt es 100 neue Skins, die werden auch immer teurer. Wir sind schon bei 30 Euro. Jetzt gibt es Handschuhe, die kriegst du nur, wenn du 100 Euro ausgibst. Das wird die nächsten Jahre so weitergehen, weshalb andere Games immer mehr eine Chance haben, weshalb ich ja gehofft habe, dass auch X-Defined ein besseres Game später releasen wird, damit es eine Alternative gibt zu diesem Scheiß, den wir hier mittlerweile haben. Und hier kommen sie dann eigentlich nochmal zu dem Hauptpunkt, wo es ja um diesem ganzen Thema geht, Skill. Und hier schreiben sie halt, Skill-Based Matchmaking gibt es seit 2007. Das stimmt, in jedem COD gab es eine Art Skill-Based Matchmaking, hatte aber nichts mit dem zu tun, was wir heute haben. Ganz im Gegenteil. Damals war es eher ein teamorientiertes Matchmaking. Und hier schreiben sie, durch das Skill-Based Matchmaking, was die eingeführt haben, sorgten sie dafür, dass jeder Spieler vergleichsweise mehr Wins und Niederlagen erfährt, was ein faires Gaming ist. Nur Gaming ist ja kein Roulette oder keine Stochastik, wo man irgendwann 50, 50 oder 100 erreichen möchte. Gaming sollte abhängig davon sein, wie gut jemand ist. Und wenn jemand gut ist, weil er viel Zeit investiert hat, sollte er einfach einen Vorteil haben und nicht durchgängig dafür bestraft werden, dass er ein besserer Spieler ist. Leute, die bessere Spieler sind, aber vielleicht nur casual ein-, zweimal die Woche zwei Stunden spielen wollen, sollten nicht nach einer Runde instant mit Leuten zusammenkommen, die 80 Stunden die Woche spielen und halt den gleichen Skill haben. Es sollte Zufall sein. Es sollte mal passieren und mal nicht passieren. Aber dass hier anhand von Daten und Zahlen manipulativ dafür gesorgt wird, dass jeder das gleiche Game-Erlebnis hat, ist eins der schlimmsten Erfindungen, die wir seit Jahren in der Gaming-Branche einfach haben. Man muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Blogpost von denen, die Idee dahinter ist natürlich schön, dass man der Community ein bisschen das näher bringt und denen das ein bisschen näher erklärt. Aber die Realität dahinter ist folgendes. Das, was sie geschrieben haben, ist Bullshit. Das wissen wir alle an SBMM, auch wenn sie schreiben, wir wissen, dass starke Spieler keine Lust haben, nur Sweaty Lobby zu spielen, was auch richtig ist. Wir werden weiterhin versuchen, daran was zu ändern. Wenn ihr euch mal daran erinnert, vor zwei Jahren hieß es, dass es keine Benden-Lobbys mehr geben soll, also Lobbys, die auseinandergetrennt werden. Daraus ist auch nichts geworden. Auf sowas muss man Leute wirklich gar nichts geben. Sie haben es versucht. Aus Marketing-Sicht würde ich es auch genauso schreiben. Die Realität ist aber leider eine andere. Leute, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Vielen Dank für die ganze Teilnahme an der Umfrage zu den Controllern. Ich fand das sehr, sehr cool und auch sehr cool, alle eure Einsendungen zu sehen, die sie es jetzt nicht geschafft haben. Wir werden sowas ähnliches nochmal machen. Und sonst gönnt euch das. Vielen Dank für alles. Leute, lasst ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sehen uns. Haut rein.